So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Ich habe das ja schon angekündigt. Normalerweise mache ich Gewinnspiele ja immer, wenn ich eins mache, am Dienstag. Auflösung dann immer am Montag darauf, dass ihr also die ganze Woche über Zeit habt mitzumachen. Aber aus aktuellem Anlass habe ich mich entschlossen, jetzt fix noch was reinzuschieben. Deswegen gibt es jetzt dieses Gewinnspiel. Heute ist der Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das wird auch wieder am Montag aufgelöst. Ihr könnt anhand des Titels schon sehen, was es gibt, nämlich ein Shiny Gala Flampion. Wir haben ja in letzter Zeit viele Flampion Rates gemacht. Für Zuschauer, aber auch ich selber habe Flampion Rates gemacht und habe mit dem kleinen Account noch geguckt, ob ich noch eins bekomme. Eins für mich. Nachdem ich mein zweites Gala Flampion im Stream bekommen habe, habe ich gesagt, beim nächsten Mal mache ich trotzdem wieder mit mit dem kleinen Account. Denn wenn ich noch ein drittes bekomme, dann ist das für euch, dann ist das für die Community, dann werde ich das verlosen. Ich habe also jetzt extra Pässe ausgegeben, um für euch ein Shiny zu bekommen. Jetzt haben wir das Gewinnspiel hier. Hat auf jeden Fall alles gut geklappt. Und ich weiß jetzt schon wieder, dass 60% aller Leute es falsch machen, wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen probiere ich es heute mal zu erklären mit unserem kleinen Kumpel Raupi, der euch jetzt hilft. Der begrüßt euch jetzt Hallo YouTube und führt euch durch dieses Gewinnspiel. Erstmal also die Begrüßung. Hallo YouTube. Hat er schon gemacht? Hat er fein gemacht hier? Ja, da freut er sich natürlich. Also ich versuche jetzt wirklich. Hört mir bitte zu. Nicht, dass es wieder heißt, es ist unfair. Es ist nicht unfair. Es ist, jeder hat die gleichen und so weiter. Was ihr immer tun müsst, wenn ihr bei dem Gewinnspiel teilnehmen müsst, ist einen Kommentar schreiben unter dieses Video. Und euer Kommentar muss folgende Dinge beinhalten. Erstmal brauchen wir euren Trainernamen. Ihr könnt eine Liste machen untereinander. Oder ihr schreibt das hintereinander weg. In der Liste untereinander sieht das sogar ordentlicher aus. Zum Beispiel, erstens, Ramses der Dicke, weil ihr so heißt. Zweitens, und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall der erste Punkt. In dem Kommentar, der für eure Teilnahme zählt, schreibt ihr bitte zuallererst euren Trainernamen rein. Raupi sagt auch, Trainername. Also, ihr schreibt euren Trainernamen rein. Dann brauche ich euren Trainercode. Denn wenn ihr gewinnt, und man muss das mit euch tauschen, muss ich euch ja sowieso adden. Und es ist auch nützlicher, wenn ihr den Trainercode und den Trainernamen angibt. Weil, dann weiß ich genau, wer ihr seid oder wer sich hinter diesem YouTube-Google-Konto verbirgt. Weil manche schreiben ja mit 50 verschiedenen und immer ihr gleiches. Das fällt dann auf. Sollte wirklich jeder nur einmal mitmachen. Also, Raupi sagt, Trainername, Trainercode. Das sind schon zwei Punkte, was viele nicht hinkriegen, die das einfach nicht angeben. Also zählt der Kommentar natürlich nicht. Dann als drittes, packt ihr den Hashtag mit rein, der für das Gewinnspiel zählt. Diesmal geht es um Galaflampion. Ich habe mir aber überdacht, der Gewinnspiel-Hashtag für das Galaflampion wird Flampion sein. In der Anspielung auf Champignon. Weil ich jetzt schon wieder weiß, dass viele dann einfach nur Hashtag Flampion hinschreiben, fertig. Das ist wirklich für die, die mal aufpassen und die mal zuhören. Und die wirklich mal, sich das wirklich reingezogen haben. Und nicht einfach den ersten Kommentar, der da steht, kopieren und selber hinschreiben. Also, Hashtag Flampion. Der kleine Chamignon. Ist total sinnlos, aber ist halt so. So, dann gehe ich wieder zurück. Ihr habt also euren Trainernamen, ihr habt euren Trainercode, ihr habt den Hashtag eingefügt. Dann optional als Text. Nur für die, die wirklich aufgepasst haben. Könnt ihr ja mal einen kleinen Text dazu schreiben. Zum Beispiel auch, ob ihr auch selber schon einen Shiny Flampion habt. Oder ob ihr, ob das völlig neu ist für euch. Oder ob ihr eins habt und ein zweites sucht. Aber optional fände ich cool, wenn ihr mal reinschreibt, wie viele Rates es gedauert hat, bis das Shiny kam. Wer richtig krass ist, der wird sogar beide Zahlen aufschreiben. Denn wir haben ja einmal einen Stream gemacht. Für das, was ich für mich gesucht habe. Wir haben das mit einem Counter gemacht. Man kann also ganz leicht in den Videos sehen, beim wieviel denn das kam. Das ist sogar als Stream Highlight hochgeladen. Und dann bei dem, wo ich für euch gesucht habe, ist auch ein Counter dabei. Kann man auch direkt die Zahl sehen. Und das ist auch als Stream Highlight hochgeladen. Also vielleicht seid ihr ja sogar so gut drauf. Neben eurem Namen und Trainercode und dem Hashtag habt ihr vielleicht sogar einen optionalen Text dazu geschrieben. Wie viele Rates für die beiden nötig waren. Also die eine Zahl und die andere Zahl. Nicht zusammengezählt. Einfach nur, damit ich weiß, das und das war so und dann passt das. Wirklich für die Raids. Für die Hardcore-Spieler, die auf jeden Fall aufpassen. Jetzt habt ihr also euren Kommentar verfasst. Damit könnt ihr mitmachen, weil ihr ja alles richtig gemacht habt. Ihr habt ja euren Trainernamen, euren Trainercode. Ihr habt den Gewinnspiel-Hashtag angegeben. Ihr habt einen optionalen Text dazu geschrieben. Wie ihr dieses Pokémon findet. Wie viele Rates es da gab. Aber ihr müsst keinen Text unbedingt dazu schreiben. Es sieht auf jeden Fall aber immer besser aus. Das Ganze, wie ich sage, Auslosungen sind immer am Montag. Am Montag gibt es nämlich immer Chill mit Ramses. Das passt glaube ich nicht hin. Hier. Chill mit Ramses gibt es immer montags, den Stream. Der fängt um 20 Uhr an. Am Montag. Chill mit Ramses. Am Montag um 20 Uhr. Fängt das 20 Uhr an am Montag. 21 Uhr am Montag. Während des Streams versuchen wir immer die Verlosung zu machen. Dass das immer noch ein bisschen anläuft. Und dass ihr Zeit habt, da reinzukommen. 21 Uhr wird verlost im Stream. Über diesen Random Common YouTube Picker. Und ihr müsst anwesend sein. Damit der Gezogene, der wird aufgerufen. Der sagt dann, jo, hier bin ich. Und dann weiß man genau, aha. Und dann sagt er mir auch gleich, worüber er mich kontaktiert. Und schreibt mich meistens danach auch gleich an. Weil es wirklich schon Leute gab. Ich sage es immer wieder. Derjenige, der gewonnen hat, der war nicht im Stream. Ein anderer war im Stream. Hat gehört, wie der heißt. Hat dann geschrieben. Als Unbekannter einfach. Jo, ich schreibe dich bei Insta an. Dann hat er mich angeschrieben. Und hat sich ein Insta-Profil gemacht. Mit dem Namen von dem, der gewonnen hat. Der da stand. Obwohl das überhaupt das eigentlich. Naja, auf jeden Fall haben die da schon mal so ein bisschen was abgezwackt. Da gab es bei Google Guthaben, was wir verlost haben. Und das ging dann an den Falschen. Der das einen kassiert hat. Und der andere sich erst den Tag danach gemeldet hat. Deswegen bin ich kein Fan davon. Zu sagen, der hat gewonnen. Jetzt hat er eine Woche Zeit, sich zu melden. Weil in dieser einen Woche melden sich mehrere Leute. Und geben sich jetzt den aus. So. Das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich alles gesagt. Ein Kommentar unter dieses Video. Macht nicht mehrere Kommentare. Wenn ihr irgendwas vergessen habt in eurem Kommentar. Bearbeitet euren Kommentar und ergänzt das. Oder macht halt einen neuen und löscht euren alten. Es bringt nichts, wenn ihr fünf Kommentare schreibt. Und in jedem was anderes. In der Verlosung zählt nur ein Kommentar. Das wird durch das System. Wird das raus. Dass da wirklich, wenn da fünf sind, nur einer mit reingenommen wird. Und wenn das genau der Falsche ist. Dann habt ihr auch Pech. Also. Einen Kommentar mit allen Angaben. Trainer Name. Trainer Code. Dem Hashtag. Hier ist er nochmal. Der Hashtag. Flampignon. Oder wie auch immer man das aussprechen will. Also Flampion. Schampignon. Flampion zu Flampignon. Man muss es ja nur abschreiben. Achtet auch auf die Groß- und Kleinschreibung. Das ist auch wichtig. Wir haben ja schon mal so komplizierte Hashtags gehabt. Mit Groß, Klein, Zahlen, Buchstaben. Alles querbeet. Hier ist es ja meistens wirklich einfach ein normales Wort. Und der Anfang ist halt nur mal groß. Bei normalen Wörtern. Ansonsten war es das glaube ich jetzt vor beider Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beziehungsweise am Montag. Spätestens in der Verlosung. 21 Uhr. Wo ihr live dabei seid. Oh mein Gott. Das kann ja was werden. Und. Ansonsten einen guten Rutsch. Ein gesundes neues Jahr. Dann wenn es soweit ist. Aber wir werden uns wahrscheinlich heute Abend nochmal sehen. Bei Raids für Zuschauer. Mit Mega Rexblisar. Und Glaciola. Und nochmal Flampion. Für die Hardcore-Leute. Und dann Wochenende Sonntag. Vielleicht trotzdem nochmal Kijurim-Rates für Zuschauer. Dazwischen Samstag. Auszeit. Wegen Neujahrstag. Schlaft aus. Und. Würde ich sagen. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Es geht eh wieder in die Hose. Ich merke es jetzt schon. Also bei. Egal.